hallo und herzlich willkommen bei let's play ark extinction mit dem miller an meiner seite mahlzeit ja ich bin schon gleich tot du scherzkicks ost 1 ich wache zwischen die schlangen auf du witz wollt gute idee ich bin tot ja ja prima titan bohr kollege osten 1 noch mal wieder gefressen alles will er seine schuld legt ab legt ab da lief schon einer o2 spuck ist hier haut ab klassisch bewegen bitte bitte los geht okay zack so zack zack hier hängt irgendwas so hat lernen 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 die ganze shit zack 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 ich habe zu wenig in gramm points idiot bau die spitzhacke runter runter okay so ich sehe ihn bei mir in der nähe im brontow die noch nichts die augen auf hilft meist zack axt bauen schnell schnell axt kann ich noch nicht wieso nicht flint das trottel die sich bei mir aber ich komm versuch zu rufeis insel in die richtung zu laufen ich bin wenn du zu rufeis insel guckst da sind ist zwischen uns und wasser dings bums ja und da bin ich sie weit entfernt titan die ganz großen viecher und titan ja so movement wie tak tak ok und wenn ich muss erst noch ein paar schwere basteln spiele spiele vor drin hier 1 2 3 und jetzt sammeln 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 oh mein gott das sieht alles schlecht aus hier ganz ehrlich gesagt so noch ein bisschen gewicht 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 wo ist die zwille im pfeil ruf schlafsack bett wo ist mein bogen bogen bohler bow 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 arrow zack ok wer damit bogen bogen rüber bogen habe ich na komm bau feile 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 den titan sehe ich auch sehr gut der ist auf dem hügel ja genau feiber fehlt mir feiber ok feiber 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 und bauen beweg auf dem bogen seines bogen fern am 1 aber noch ein bogen sammelt doch hund er sammelt nicht ja ich sehe die insel schon quasi vor mir äh der titan naja toll jetzt kann man sich beschreiben Ich kann es wirklich schlecht beschreiben, tut mir leid. Pfeile. Der Titel macht Steine kaputt, toll. Ich bin gleich bei dir, ja. Bist du sicher, dass du gleich bei mir bist? Ich will zoffen. Zack, zack, Tranquilofile, ja dann 1, 2, 3, 2 Stück kann ich schon bauen. Ich sehe irgendwo Schadensanzeige. Das bin ich nicht. So, hier läuft ein Renner, bei mir ist ein Bronto am Strand, direkt am Strand ist ein Bronto. Nee. Nee. Oh Mann, was für eine Schitte. Da ist ein Spucki, zwei Spuckis. Rachel. Glocker удар, stromléelt. Mach mal ab. Habs andere Kontakte auch. São ihr teilt-eilt? Okay, ab halt. Halt sein. Ach, komm schon. So, und wo ist der andere Kollege? Da, hier, alles voll. Okay, sehr schön. Kompi. Ich hab tonnenweise Fleisch. Da muss ich schon die Hälfte wegschmeißen. Das ist viel zu viel. Ich bleib hier hinterm Stein. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Weil du sagst, du bist gleich da. Wir finden uns, wir finden uns. Hm, äh, ja, ja. Erstmal hier hoch. Zack, zack, zack. Gewicht und hier voll. So, äh. Jetzt hide, hide. Hide. Zack, 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 zack. Was fehlt denn hier? Sch, äh. Shirt fehlt. Verdammt, verdammt. Äh, lern, lern, lern. Okay. Hide. Hide. Aua. Zack, zack. Hm. Ich hab schon mal Bett gebaut. Sehr gut. Fehlt mir jetzt, zack. Ich bin doch von der Firma Nacktarsch und Co. Ich nehm an, mir fehlt, äh, äh, Fiber. Fiber 40, 50. Ich weiß nicht, wo, ja. Ich stech gleich schon in den See, quasi. So weit? Ne. Nö, nö. Also ich seh schon die Insel. Ich bin, äh, hier sind, äh, diese kleinen Kackviecher am Rand. Oh, ich mein, ich muss, ich muss mich hier verstecken. Verstecken. Titan ist bei dir in der Nähe, hast du gesagt. Er ist, er hat auf dem Hügel drauf, ja. Auf dem Hügel bin ich jetzt nämlich auch. So, und dann einfach Richtung Insel. Direkt Richtung Insel vom Titan. So, äh, Brust, äh, Heid. Brust, Hose, Schuhe. Nein, nein, nein. Du, jetzt nicht. Inventar. Anziehen. Anziehen. Okay. Anziehen, das sieht gut aus. Hier, Raft. Raft. Hab ich, äh, Smitty. Smitty und Forge. Forge. Forge habe ich. Und jetzt Wood. Wood. Foundation. Wall. Ach, Fatsch. Verdammt. Äh, warte mal, Fatsch. Ah, tsch. Schreibt mir nämlich zu dumm. Ah. T-H-A-T. Mensch. T-H-A-T. Fatsch. Schwanz. Dingsbums. Äh, wunderbar. So, jetzt Wood. Zack. Zeeling. Äh, Railing brauche ich nicht. So, Tür. Zack. Rampe. So, ich habe schon alles mögliche gelernt. So, jetzt grunde ich mal aus. Dieses Raft. Raft. Oh, ich Wood. Rest habe ich alles. Wood ist einfach kein Problem. Komm, zieh, 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 zieh. Zieh, 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 zieh. Jetzt muss man 100 Steine weghauen. Steine weg. Mann, zieh doch. Okay, komm, komm, kriegst du Wasser. Siehst du mich? Ihr seht die, ihr seht die Insel. Ne, die Insel sehe ich. Da ist ein Hai gerade hochgekommen, der liegt flat auf dem Wasser. Ne, den sehe ich gerade nicht. Bin auch hinter Felsen. Hier ist ein Bronto. Ja, weiter zum Strand, einfach weiter zum Strand, weiter zum Strand. Dann siehst du den kaputten Hai. Ja, den sehe ich, den sehe ich. Ja, und dann sehr wahrscheinlich nach rechts, da ist ein hoher Felsen am Rand. Direkt im Wasser renne ich rum. Ja, ich sehe dich. Ja, wunderbar. So. Samina, das alle. Zack. Zack, Jus. Schiff, Ahoi. Ha, so geht das. Hast du gesehen. Sehr schön. Spere bauen. Foundation, zack. Foundation. Foundation. Äh, habe ich zu wenig Fiber. Oh, wie fehlt Fiber, wie sonst was? Ich habe Fiber. Warte. Machst du was raus. Danke. Zack, warte, wo ist der Trank? Eins. Oh. Neben dir. Danke. Fiber. Zack. So, Foundations. Eins, zwei. Ich würde sagen, wir sehen erstmal einfach zu, dass wir wegkommen, oder? Einfach rüber. Da wird jetzt noch keiner sein. Da drüben. Denke ich auch. Stimberries brauchen wir nicht. Ich nehme die Steine mit. Komm. Steine. Gibt es ja alles. Ab die Steine. Ähm, warte. Die Foundation setze ich noch. Mitten da drauf, damit du da gut sitzt. Ähm, plöp. So. Okay. Bin an Bord. Ich fahr zum Hai, wollte ich sagen. Ja, ich fahr zum Hai. Ne, da kommt ja kein, kommt kein Fell mehr raus. Kein Ding ist raus, ne? Ich weiß es nicht. Kommt doch kein Hai mehr raus. Ich glaub nicht. Ich fahr mal da hin. Dann kannst du drauf rumklopfen. Mal einen Schlag drauf machen. Wollen wir sehen. Geht nicht, ne? Gar nix. Okay, okay. Gehst du raus? Bist du drauf? Alles klar, okay. Ja, ja. Kommt nur Fisch raus. Wo fahren wir? Hinter die Bucht oder in die Bucht rein? Ich würde hinter die Bucht fahren. Ja, ich auch, ne? Sieht, ist auf jeden Fall nicht so schnell einer. Mal ein bisschen umgucken. Guck dich mal um. Einfach nur drehen. Ob da irgendwer noch kommt. Schon. Ne. Ne, sieht ruhig aus. Okay. Ähm, Moment. Ich kann dir. Komm her, ich dropp dir mal Haid. Ne, ich hab nicht viel Haid. Tut mir leid. Dann lass. Dann lass. Just, zack. Dann krieg ich da rum. Wunderbar. Zack. Fangen wir jetzt auf der Insel. Fahr erst mal auf die Insel. Da können wir noch Haid holen. Ja. Bin dabei. Fahr hinten rum. Hinter den Stein da. So weit, so gut. Hier war doch direkt irgendwo Eisen. Hier ist doch Eisen. Sollen wir uns hier verankern? Komm. Fahr noch ein bisschen. Ja, wohl. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Aber noch komm ich da drum herum um den Stein. Ja, kommst du. Okay, fahre ich noch ein bisschen. Stegos. Ist das ein bunter Stego da? Ne, ne? Ist alles harmlos, oder? Ne, ist harmlos. Harmlos. Okay, hier oben ist er aber. Ja. Hier kannst du stehen bleiben. Hier sind wir auch gut verdeckt. So, ich drehe mal schon mal in die Startrichtung zum Abhauen. So, wunderbar. Sehr gut eingeparkt. Zack, dankeschön. So. Und jetzt geht los. Ich hack schon mal Pfeile für, äh, Pfeile. Ich hack Holz für Foundations. Ja. Ja. Jetzt hat man noch ein bisschen Flint, dass ich noch ein paar Pfeile habe. Ja, ich habe, äh, 23 Pfeile. Ah, ich habe 26. Aber wenn einer kommt, die sind schnell weg. Lagerfeuer. Was ist denn jetzt? Was fehlt hier? Warum bin ich überladen? Ich habe jetzt schon... Achso, okay. Ich kann nicht weiter. Alles klar, weiter. Bing, bing, bing. Und den hier auch noch. Alles mit Holz ist weg. Noch eine. Noch eine. Läuft wie am Schnürchen. Sollen wir unsere Bude diesmal ein bisschen größer bauen? Außenrum Seelings machen? Würde ich sagen, ne? Aber mehr Platz. Okay. Allein die Tiere. Zack. Ja, aber Eingangstor ist halt wieder die Frage. Bing, bing, bing. Müssen wir als erstes bauen? Müssen wir als erstes bauen, okay? Dann drumherum die Wände setzen. Würde ich sagen. Okay, so weit, so gut. Und ich gehe mal die Dinger postieren. Hier draufsetzen. Ähm, zack. So. Ähm, plöp, plöp, plöp. Los, geht doch da dran. Plöp. Plöp. Sollat. Irgendwann hängt, äh, wat? Habe ich die Foundation so schief gesetzt? Jo, habe ich. Gönne Scheiße. Passt nicht da drauf. Jetzt bleibt das so. Jetzt nicht nochmal. Ganz einen Haufen Foundations neu. Jo, verkackt. Verkackt. Ich habe verkackt. Bin Trottel. Tja, kann man nichts machen. Trottel bleibt Trottel. Mach nix, mach nix. Weiter, weiter. Okay, dann haue ich die Dinger weg. Weg, Foundations. Äh, jetzt brauchen wir Sealings. Ähm. Sealings, Ceramates. Äh, plöp, zack, Sealings. Jede Menge. Du besorgst Fiber oder sowas auch? Ja, ja. Sehr gut. Mach ich, mach ich. Mach nix. Mach nix. Zack, zack. Zwischendurch ein bisschen sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. Wunderbar. So läuft es ja jetzt ganz gut erstmal, würde ich sagen. Aber ich will nix sagen, gleich kommt da oben der Alpha Raptor um die Ecke und dann war es halt schon wieder mit dem Gut, ne? Äh, Epex. Epex, ja. So ein kleiner Raptor würde euch auch schon reichen, ne? So ein Gitaraptor. Ja, denke ich auch. Im Moment, ja. Zack. Woher, zack, quetsch. Mal ein paar hundert. Zack, und weiter geht's. Was baust du denn jetzt alles? Ich baue Sealings wie doof. Versuche ich mal schon mal das große Tor zu bauen. Ja, das ist prima. Ja, das ist prima. So, Wand und Tür brauchen wir noch. Zack, Wut, ja. Tür. Eins, zwei, drei. So. Eins, zwei, drei. Wer hat den Ball? Okay. So, jetzt so gut. Komm zurück. Zack. Äh, prima, kommt man schon wieder nicht hoch. Wie kommt man dann an das Schiff ran? Das ist so super geparkt. Alles klar. App, aussteigen. So, jetzt mal schnell. Als allererstes, äh, das hier. Blipp. Ne, ne, so. Die Wände. Wo sind die Wände? Wände, Wände sind hier. Zack. Eins zu viel, oder ne? Zack. 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 Tür rein. Bett rein. Richtig? Äh, so hier. Zack, use. Tür rein. Enter Code. Blablabla. Und, äh, Dach drauf. Ach, Dach drauf. Zack. Und Bett rein. Wo ist das Bett? Hab ich eins gebaut? Oh, wo ist mein Bett? Nö, hab kein Bett. Perfekt. Wieso hab ich kein Bett? Ne, ich hab kein Bett. Egal. Oh, 100 Segel. Werde ich direkt mal abreißen. Zack. Äh. So. Die kommt mal gar nicht hoch. Äh, so. Zack. Aussteigen. Äh, okay. Ähm. Das große Tor kommt nach vorne hin, oder wo? Ich sag, ja. Ja, okay. Dann, äh. Wohin soll ich mit dir Zielingsbauen? Ich baue am besten erstmal einen Schrank, ne? Ja. Store. Äh, habe ich natürlich noch nicht. Ich Ochse. Store. Plöp. Plöp. Soweit so gut. Ja. Ein Schrank. Ein Schrank reicht erstmal. Amy, könntest du mir noch 20 Steine erreichen? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich soll dir die reichen? Oder abnehmen? Na, äh, äh, mir übergeben, dann könnte ich das Tor bauen. Wo bist du? Ich bin oben, wo die Metallfelsen sind. Ach du Scheiße. Ich komme hoch. Ich kann hochlaufen im Berg. Ja? Ich bin oben. Da, ja, ich sehe dich. 20 Steine, Brot. Zack. 20 Steine. Hier hast du 50. Muss dran. Sehr gut. Danke dir. Kein Problem. Brauch mitgebaut. Zack. Sehr gut. Ich werde mich auch wieder bewegen. Sehr geil. Wolltest du das wieder setzen? Äh, setzt du ruhig mal. Alles klar. Ah, halt, halt. Die Zielings müssen ja dran, ich Ochse. Dann mach du das jetzt die Zielings dran. Ja. So, jetzt, ähm, ja, weiß ich nicht, wie das, ob das funktioniert. Mit den Zielings jetzt hier. Oh, ähm. Plöp, plöp. Plöp, plöp, plöp. Plöp. Okay, du kannst vom Joss, das Tor hier, obwohl ich jetzt hüpfe. Bist du da? Ja. Warte, warte. Seh dich nicht. Ja. Ja, ich komme, ich komme. Alles klar, okay. Da muss der Story-Namen. Links. Ja. Da hoch? Bäh, komm natürlich nicht hoch. Nee, 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 musst du von unten rangehen. Rampe. Rampe brauchen wir auch. Zack. Rampe 60. Wood, wood. Rampe, Rampe. Rampe. Okay. Zack, zack, zack. Bei dir ist es, ach. Ich kann ja noch gar nicht, wir sind noch gar nicht zusammen mit dem Tribe drin. Loll. Okay, wo bist du? Ja. Vom, vom Floß. Okay. Okay. Zack. Gut, dass wir ihn nicht angegriffen haben. Gut, wunderbar. Jetzt geht's. Glaubst du zu sagen, warum komme ich denn nicht ins Floß rein? Will mich halt verarschen. Will ich. Ausgeschwärt. Keine Millers müssen leider draußen bleiben. Ja, ja. Ist klar. So, zack. Äh, Rindermit. Was brauchen wir? Doofkopp. So. Oh, wie dreht er das denn? Rindermit. Rindermit. Ähm. Rindermit. Rindermit. Erstmal. Rindermit. Rindermit. Ich hab keine Ahnung. Ähm. Rindermit. 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 Nur mach hin. Ja, ja. Ich muss gucken. Mach hin. Ja, stimmt. Woll. Woll, zack, woll. Bumm. Jetzt jede Menge. Gut. Oh, oh. Könnte ne kleine... Ne. Ah, doch. Ne kleine Lücke könnte sein. Egal. Warte, ich komme. So, Dinotor ist auch drin. Uh. Das war riskant. Egal. Okay. Ich komme. Was denn? Wenn wir die Tür neu setzen müssen, müssen wir jetzt beides neu setzen. Ja, die Tür ist nicht so schlimm. Die braucht nicht so viel. So, gib mir die mal kurz her. Zack, zack. Acht. Äh, machen wir die Tür auf. Zack, zack. Ne, so. Reicht der schon? Super. Danke. Wir können ja noch eine, was weiß ich, acht. Da hin machen. So, und jetzt Wände. Bin ich gespannt, ob die Wände da hingehen. Zack. Ja. Was passt? Andere Seite. Och. Fast gut. Perfekt. Perfekt, Perfekt, Müller. Sehr gut. Fast, fast. Ganz kleine Mini-Lücken. Schnick, schnack. Wird sich zu anstellen. Sehr schön. Ähm. Ja. Blub. Auf jeden Fall. Wände, 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 Wände. Wände. Ich baue Wände. 20 Stück oder so noch. Ich versuche schon mal eine Forged zu bauen. Ja, sehr gut. Forged brauchen wir. Das ist mit dir. Ja, dazu brauchst du Heid. Du wirst keinen Heid haben, oder? Nee, Heid habe ich nicht. Aber hier oben ist ein Schwein. Hab ich mal gesehen. Ein Akkuschwein. 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 Ich komme, ich helfe dir. Aber ich gucke jetzt mal, was so ein Level das ist. Pass auf, ich kann sein, dass ich dir direkt angreifen, ne? Das Schwein. Level 30. Das ist kein Thema. Was ist denn der Stego? Vorsicht nicht. Level 30. Auch. Nehme den Stego, komm her, hier. Zack, Quatsch. Angefangen. Zack, fertig. Der Lichter, wunderbar. Wumms. Komm drauf. Haben wir die blöde Axt kaputt? Lol, ich kann die Angst unterbrieren. Was fehlt mir denn? Ein Flint fehlt mir, lol. Okay, zack das Dinge. Okay, Flint, lol. Okay. Sehr gut. Mach. Steck mal noch ein paar Pfeile machen, hab nämlich keine. So, Stein und Holz fehlt mir noch. Holz wächst hier in Massen. Steine eigentlich auch. Steine, okay. So, eine Forge habe ich schon mal. Aber ich versuche gleich noch eine zweite zu bauen. Okay, gut. Da läuft ein Prime-Dodo. Ich habe ein Prime-Dodo. Sehr schön. Die werde ich jetzt holen. Direkt, damit er nicht weg ist. Wo ist der Speer? Wollen wir noch ein paar Speeren? Eins. Das ist die Super. Ich habe vier Speere. Gucken, dass der nicht so hoch leveliert. Ich habe zehn, ne? Wisst ihr, Level 40. Das ist kein Problem. Ein vollem Kopf. Komm her, Freunde. Oh, die sind immer widerstandsfähiger hier. Warte, ich bin da. Du musst auch werfen. Die hat zwei Stück drinnen. Komm mal. Komm mal, jetzt. Nö, ich tippe noch nicht. Pass auf, nur nicht mich anpieken. Ja, ja. Oh, der hat mich. Nein. Ach, du hast ja noch kein Bett. Ich muss mal kurz laufen. Komm her, du. Prime-Bet-X. Ich habe ihn den Speer übergeschmissen und der ging nicht. Jetzt hat er mich auch gleich. Gert verrückt. Fall um, du scheiß Dodo. Fall um. Ich bin ungefallen. Und jetzt fällt er um. Der liegt. Das gibt es doch nicht. Und wir haben kein Bett. Ja. Dann rüber. Rüber paddeln. Nein. Das kann er wohl. Das war ein Super-GAU. Sofort Raft bauen. Bist du da? Ja. Ich sehe dich da hinten. Aber Gott sei Dank. Bin ich nicht im Dschungel gespawnt. Bin ich denn? Ah, hier. Ich bin neben den Titan quasi. Ja, ich auch. Ich habe dich gesehen. Raft Hight fehlt uns. Wir brauchen Hight. Ja, sehr gut. Hier läuft ein Spieler. Links neben dir ist ein Spieler. Ich habe noch nichts. Wie auch nicht. Mir fehlt ein Stein. Ich bin kein Stein. Wo ist der Spieler? Der war links neben dir. War auch am Baumhacken. Kann ich da sein, nicht? Ich habe eine Rüstung gefunden. Die glaube ich mir. Bist du da? Ich wurde gestochen. Ich wurde gestochen. Help, help, help. Ach, hier ist ein Mantis. Habt ich weiße. Help. Ja, ich komme halt auch schon. Ich habe ein Mantis am Arsch. Wann tunst du denn im Wasser rum? Mantis kommt seltener landen. Der Hobbit. Oh, der hat mich auch gestochen. Gibt es auch nicht. Okay, den Hummus gleich. Wir haben denselben Plan. Glaubt mal. Ja. Die Marken Hummus zurück. Nach 30 Sekunden, leider. Na ja, 35. Hm. Ja, Leute. Ich würde sagen, lasst die erste Hilfe vorbei. Wie ihr seht, sind wir sehr erfolgreich. Er kann nur besser werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Erde. Tschüss. Tschüss.